Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video von Disney Dreamlight Welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein Beutel-Unboxing, genau. Ich habe wieder ein paar Kleiderbeutel gesammelt und ein paar Möbelbeutel. Die gelben Beutel finde ich leider nicht mehr, da ich wahrscheinlich schon alle Sticker oder Motive habe. Ja, genau. Ich glaube, das krasseste, was wir mal an Beutelanzahl hatten, war, glaube ich, wirklich 50 oder 60 Stück. Das ist aber schon sehr, sehr, sehr lange her. Und da waren auch sehr, sehr viele gelbe Beutel dabei. Das haben wir jetzt leider nicht mehr. Aber am interessantesten sind eh eigentlich immer die Möbelbeutel. Genau, aber erstmal gehen wir zu Dagobert. Da müssen wir natürlich auch nochmal nachschauen. Ja, ihr seht schon, Klamotten gibt es bei mir leider nichts. Ich habe seit Wochen da auch wirklich nichts. Sehr, sehr schade, genau. Ja, 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 das gewohnte Bild. Leider nicht mal eine Brille oder eine Jacke. Hier gibt es auch nichts tatsächlich. Ja, an Möbeln gibt es tatsächlich auch nicht mehr so viel. Da habe ich auch schon alles spektakulär anscheinend gekauft. Weihnachtsteppich habe ich schon. Das soll ich eigentlich auch alles haben. Genau, man kann das ja immer am roten Punkt erkennen. Also wenn ein roter Punkt oben am Preis dran ist, dann habt ihr diesen Gegenstand noch nicht. Genau, solche Sachen habe ich jetzt ja hier. Diese Tische oder diese schön geformten L-Couchen. Betten. Und Schränke habe ich natürlich auch schon. Hier haben sie tatsächlich auch einen Witz gemacht über diese L-Sofa-Formation. Und da gibt es sie tatsächlich auch wieder. Tapete. Die habe ich noch nicht. Toy-Story-Tapete, ne? Genau, ja. Finde ich auch sehr, sehr hübsch. Genau, da seht ihr auch den roten Punkt. Also Böden und Tapeten könnt ihr auch gar nicht doppelt haben. Blauer Teppichboden, der ist ja schön. Aber ist ja nicht eher türkis. Du hast einen lukrativen Tag. Oder ich bin farblich. Dunkler Holz, die in Böden. Obwohl man manchmal das Gefühl hat, man hat die Sachen schon, sollte man sie eigentlich nicht haben. Oder es ist wirklich ein Fehler. Man weiß es bei dem Spiel leider nicht. Okay, das war es schon mit Dagobert. Okay, tschüss. Ciao, auf Wiedersehen. Genau, Beutel. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch viele Beutel bekommt. Ihr bekommt ja immer einmal durch die grünen Kisten. Also einmal am Tag kommt immer eine grüne Kiste. Irgendwo im Valley versteckt. Also die kann hier sein oder auch auf der Insel der Ewigkeiten. Bei mir sind die sehr oft auf der Insel der Ewigkeiten. Da könnt ihr entweder einen Beutel bekommen. Also hier einen oder hier einen von. Oder eine goldene Münze. Ihr könnt diese Nachtdorn entfernen oder diese Kristalle. Da kommen ja auch diese Münzen raus, die ihr ganz schnell sammeln müsst. Da könntet ihr so einen Beutel bekommen. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ihr könnt einen Beutel bekommen durch die Dream Snaps. Da bekommt ihr auch eine rote Kiste immer. Da gibt es auch immer drei Beutel. Immer jeweils Klamottenbeutel oder einen Möbelbeutel. Je nach Thema, was da war. Dann gibt es manchmal auch Beutel beim Buddeln. Da braucht ihr so ein Buddel-Elixier von der Werkbank. Da könnt ihr Löcher buddeln. Da kommen dann manchmal auch zwei Kisten raus. Zwei grüne Kisten. Müsst ihr mal ausprobieren. Bei mir kamen sogar mal vier grüne Kisten raus. Und ihr findet auch oft so Kisten in diesen Steinformationen. Oder in diesen Korallen. Oder in diesen Eisblöcken. Da sind oft auch so goldene Kisten drin. Müsst ihr mal gucken. Die gucken dann meistens auch mal so ein bisschen raus. Genau, das sind eigentlich die einzigen Möglichkeiten, Möbelbeutel oder Kleiderbeutel zu bekommen. Ja, früher konnte man auch Tiere füttern. Und da habe ich immer gelbe Beutel noch dazu gekriegt. Gibt es aber leider. Bei mir persönlich nicht mehr. Wahrscheinlich, weil ich schon alle habe. Ja, Möbelbeutel natürlich am wichtigsten. Wir packen nacheinander aus. Ich nehme schon mal einen Kleider und einen Möbelbeutel. Ganz genau. Und natürlich, ey. Küchentheken sind immer gerne gesehen. Nein, Spaß. Ich will auch keine Küchentheken mehr haben. Ich glaube, ich müsste eigentlich fast alle besitzen. Wir schauen mal. Fangen wir mal mit dem Kleiderbeutel an. Ja. Rote Jogginghose werde ich wahrscheinlich schon haben. Das steht leider immer neu. Auch wenn man die Sachen schon hat. Es ist halt irgendwie ein Bug, der schon seit Anbeginn der Zeit existiert. Möbelbeutel. Ja, irgendwas für Monster geben wir noch ganz schön. Mal gucken. Mal gucken. Altes Grammophon habe ich leider schon. Da würde sich aber der alte Opa Siegfried sehr drüber freuen. Platten sind ja jetzt wieder in. Vinyl und sowas. So, was haben wir hier? Klamottentechnisch, ja. Rote Kniestrümpfe. Wenn ich beim Zirkus auftreten sollte. Gerne gesehen. Nehme ich gerne mit. Hatte ich, glaube ich, aber auch schon tatsächlich. Geschnitztes Holzbett. Ist auch bei mir nicht neu. Habe ich auch schon sehr, 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 sehr lange. Ja, ist ein bisschen seltsam, dass es immer angezeigt wird. Komm, ein Highlight brauchen wir. Komm, komm, komm. Ein Highlight, bitte. Ich weiß nicht, was ich mir wünsche. Rosane Perlen der Freiheit Halskette. Die ist ganz schön. Ne? Ja, die ist doch ganz nett. Werde ich wahrscheinlich nie tragen, aber schön. Gut zu wissen, dass man sie hat. Was kriegen wir hier? Samtteppich habe ich, glaube ich, auch schon. Ja, Teppiche hätte ich auch gerne mehr. Gib mir schöne Teppiche. Oh, Olli, das sind aber schöne Beutel. Kannst du mir einen schenken zum Valentinstag? Ja, wenn wieder Valentinstag ist. Das dauert ja erst mal noch ein Jährchen. Und zacki, zacki, zack. Rosaner Spitzenmantel. Ja, der ist ganz hübsch, der ist ganz hübsch. Ich habe ja meiner Freundin einen Airfryer zum Valentinstag geschenkt. Sie wollte unbedingt einen haben. Ist nicht das Romantischste, aber sie wollte unbedingt einen haben. Und der ist auch gut im Einsatz. Kann ich nur empfehlen. 99 Euro von Philips. Ist echt ganz cool. Was bekommen wir hier? Alte Badewanne habe ich leider auch schon. Ja, bisher fehlen wirklich die Highlights. Aber ich habe, glaube ich, auch wirklich schon sehr, sehr viele Möbel. Also wir können gleich gerne nochmal bei den Möbelsets gucken. Fastisch habe ich auch. Gibt es sogar bei Dagobert gerade. Ich kann es nicht fassen. Ein Fastisch. Porzellinchen-Ziertenstab habe ich auch schon tatsächlich. Habe ich sogar, glaube ich, mal für den Dreamsnaps benutzt. Auch nichts Neues. Es ist leider sehr, sehr schwierig, auch noch Beutel zu sammeln. Grüne Künstlertasche. Die könnte neu sein. Tatsächlich. Die könnte neu sein. Das weiß ich nicht. Habe ich noch nie gesehen. Und das kriegen wir hier unter Wassersitz. Habe ich leider auch schon. Sieht auch nicht sehr bequem aus. Ein bisschen pieksig. Aber wir kriegen weniger Küchentheken, Leute. Wisst ihr noch damals, wo wir immer 5, 6 Küchentheken hatten? Das haben sie reduziert auf jeden Fall. Chapeau, Chapeau. Rosanes Rosenhalsketten-Set. Auch hübsch. Wirklich. Also echt hübsch. Ohne Ironie. Das finde ich ganz geil eigentlich. Weiße Kücheninsel mit schwarzer Marmor-Oberfläche. Da haben wir sie doch wieder. Wunderbar. Ja, wunder, wunderbar. Habe ich aber auch schon gehabt tatsächlich. Habe ich wahrscheinlich auch alles schon mal gezeigt. Darf aber nicht fehlen. Ist natürlich legendär. Legendär die Küchentheke. Mit Marmor-Fläche. Blaugrüne Cargo-Shorts. Ja, ist nicht ganz mein Geschmack. Muss ich sagen. Kriegen wir noch eine Küchentheke. Vielleicht in schwarz. Muschelbadematik. Die habe ich glaube ich noch nicht. Oh, die ist ja schön. Ui. Oh, die ist schön. Schön. Die sieht gut aus. Warte mal. Vielleicht könnte ich die vor Ariel irgendwo hinmachen. Aber ich glaube nicht, dass so viel Sand, ne? Ja. Ich hätte die gerne hier so hingemacht. Aber die ist schön. Ne? Für ein fesches Badezimmer irgendwo. Ja, ja, ja. Ne? Dann noch mit frischen Toilettensteinen und sowas. Kann man, kann man machen. Sieht gut aus. Ja. Vielen, vielen Dank, liebe Beutel. Da freue ich mich natürlich sehr. Oh, Olli. Die ist ja wunderschön. Kann ich die denn haben? Kriegst du zum Geburtstag, Mini? Oder zu Halloween. Das ist doch dein Lieblingsfeiertag. Okay, Olli. Dankeschön. Was kriegen wir hier? Ein paar neue Sneaker. Vielleicht grauer, offener Blazer. Ja, fürs nächste Bewerbungsgespräch. Falls es als Herrscher in Disney, die Olli nicht mehr läuft, nehmen wir gerne mit. Lebensmittelticke habe ich auch schon, habe ich auch schon, habe ich auch noch nichts mit dekoriert, weil ich nicht so wirklich weiß, was ich damit anfangen soll. Und ich finde den Stand ein bisschen komisch. Ich hätte gerne so einen Foodtruck. Das wäre auch mal cool, so einen Foodtruck. So, jetzt haben wir noch Möbelbeutel. Grünes Fenster zu den Bergen. Hatten wir auch schon, hatte ich sogar, glaube ich, schon zweimal in den Beuteln. Komm, ein Highlight noch. Bitte, 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 bitte. Komm. Vielleicht eine goldene Küchentheke oder sowas. Monstertassenregal habe ich auch schon. Gab es auch letztens bei Dagobert. Dankeschön. Aber doppelt hält besser. Ich bin ja leider kein großartiger Kaffeetrinker. Ich trinke auch ungern aus Tassen. Kennt ihr das? Computer, der Monster, der ist cool. Den habe ich noch nicht. Habe ich noch nicht. Vielen, vielen Dank. Ich trinke ungern aus Tassen. Ich trinke eigentlich lieber aus Gläsern. Oder hatte ich den schon? Hatte ich echt schon den Computer? Warte, da muss ich noch mal eben gucken. Möbel. Elektronik wahrscheinlich. Ne, den hatte ich noch nicht neu. Ja. Ja, ist auch nichts Besonderes, ne? Ja. Genau, so ein grauer Kasten. Aber ich mag diesen Retro-Stil ganz gerne von der Monster AG. Finde ich immer ganz schön eigentlich gemacht. Der vorletzte Möbelbeutel. Und ein langer Beistelltisch. Der sieht auch relativ neu aus. Hatte ich aber anscheinend auch schon. Und der allerletzte Beutel. Wird es noch mal eine Küchentheke mit Marmor-Oberfläche und einer Tür links und rechts? Wer weiß? Wer weiß? Nein, ein Desktop-Computer, den wir auch schon zwei, dreimal haben. Ja, wunderbar. Okay, dann hat man zumindest zwei neue Sachen. Ja. Ist eine ganz nette Ausmaß. Das waren ja auch nicht wirklich viele Beutel. Hätten wir jetzt noch mal 20 Stück. Wäre natürlich die Wahrscheinlichkeit noch mal ein bisschen höher. Guck mal, Gastoff lötet hier auch ein bisschen mit Anna. Genau, ey, schreibt in die Kommentare, was ihr mal in den Beuteln habt. Ihr schreibt mir immer, dass ich relativ viel Glück mit dem Beutel habe und oft welche bekomme. Ja, kann wohl sein. Aber früher habe ich echt noch mehr gekriegt. Ich muss leider auch ein bisschen kämpfen dafür, dass ich ein paar zusammenbekomme für so ein Video. Alles klar, Leute. Lasst gerne ein Abo, Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen, 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 vielen Dank. Danke für die ganze Unterstützung, Mitgliedschaften, Spenden fürs Kommentieren und fürs Zugucken. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.